Frau Meier, vielleicht erstmal zur Erklärung, was ist denn eigentlich der öffentliche Raum? Also der öffentliche Raum ist, wenn man jetzt aus der stadtplanerischen Sicht betrachtet, dann ist der öffentliche Raum der Raum, den alle erstmal betreten können. Das ist die einfache Erklärung. Ein Raum, der zugänglich ist, wo alle ohne eine Eintrittskarte zu bezahlen oder sonst irgendwelche Vorbegebenheiten die Leute haben, müssen sie den Raum betreten können. Das ist der öffentliche Raum. Aber es gibt natürlich auch öffentliche Räume, die sind insofern nicht öffentlich, weil sie nicht in öffentlicher Hand sind. Also es gibt zum Beispiel Shoppingmalls, wo Leute einkaufen gehen. Das sind oft Räume, die nicht in öffentlicher Hand sind, aber die sehr wohl von fast allen Leuten betreten werden können, obwohl die auch kontrolliert sind. Und dann merkt man, dass sie halt nicht ganz öffentlich sind, sondern dass sie von privaten Betreibern betrieben worden sind. Und wie haben sich denn jetzt solche öffentlichen Räume in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten verändert? Wie würden Sie das erklären? Also was man sehen kann ist, dass diese öffentlichen Räume immer mehr eigentlich Konsumräume geworden sind. Also das sieht man daran, dass in den 70er Jahren, wenn man so Fotos sieht, dann sieht man oft, dass diese Marktplätze noch mit den Autos voll sind, die Cafés sind innen drin. Aber immer mehr ist es so geworden, dass die Marktplätze sozusagen Terrassen geworden sind von Cafés. Das ist ein Ausdruck davon, dass öffentliche Räume Konsumtionsräume geworden sind. Also Räume, in denen wir hingehen, um unsere Freizeit zu gestalten, um da zu sitzen und zu konsumieren. Und das sieht man auch in anderen Bereichen, zum Beispiel im Wohnungsbau, sieht man, dass immer mehr Räume entstehen, wie Gated Communities, die durch Wohnungen zusammengesetzt sind, die öffentliche Räume privatisieren. Also dass man Straßen hat, die nicht mehr für jedermann zugänglich sind, sondern wo man einfach nur reingehen kann, wenn man da Bewohner ist. Also das ist auch ein anderes Beispiel für so eine Verinselung dieses öffentlichen Raums. Also man kann eigentlich sagen, Verinselung hat stattgefunden in den letzten 20, 30 Jahren. Und was ist das Problem an dieser Verinselung oder warum sollte da was dran geändert werden? Also das eigentliche Problem daran ist, dass man sozusagen exklusive Räume schafft, die nicht mehr für jedermann zugänglich sind. Ist erstmal an sich kein Problem, weil man sagt, okay, wir möchten als Kollektiv gemeinsam wohnen. Das hat eine Qualität, klar. Also es ist auch von, kommen keine Autos zum Beispiel rein, kommt niemand rein, der fremd ist. Dann ist das erstmal für ein Wohngebiet nicht so ein Problem. Aber es ist so, dass wenn man zum Beispiel auf der Straße lebt, und es ist ja eine Gesellschaft, in der wir leben, die ist hierarchisiert und da gibt es auch verschiedene soziale Gruppen, die werden dadurch an den Rand gedrängt. Durch eine Gentrifizierung, wie das heißt, dass Leute, die eben darauf angewiesen sind, auf öffentliche Infrastrukturen, dass die immer mehr rausgehalten werden. Auch so eine Shopping-Mall ist ein Beispiel, dass Leute oft, die obdachlos sind, werden rausgeschickt aus diesen Räumen, obwohl es da warm ist, obwohl man sich da aufhalten kann. Und insofern ist es ein Problem, dass man, wenn man eine Gesellschaft sein möchte und so tut, als ob man nur Leute hat, die das sich leisten können, dann ist das nicht mehr reell. Wir sind eine Gesellschaft, die aus unterschiedlichen Gruppen zusammengesetzt ist. Und für diese Leute müssen Räume da sein. Und was würden Sie da jetzt konkret fordern oder was müsste man konkret tun? Also von der Stadtplanerischen Seite aus würde ich fordern, dass man auf jeden Fall, wenn man eine Stadt neu einrichtet, wenn man neue Gebäude schafft, wenn man Bibliotheken schließt, dass das eine ganz mit Bürgerbeteiligung geschieht. Das ist auch heute schon so, ist ja auch gesetzlich festgelegt. Aber dass noch mehr aufgeklärt wird, wie bestimmte Entscheidungen in der Stadtplanung stattfinden. Dass man dazu eine Meinung haben kann und dass man als Bürger da auch einen Einfluss drauf hat. Also das wäre für mich eine ganz große Forderung, dass man wirklich Bürgern oder Leuten, die es betrifft, auch mehr eine Stimme gibt. Vielen Dank.